Hier ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashpack und bei mir zu Gast ist Felix Barr und wir spielen jetzt eine Runde Entweder oder. Bin schon gespannt. Du weißt, wie es geht? Ja, na klar. Sehr gut. Die Energy YouTube Show. Entweder oder. Leipzig oder Berlin? Oh, ich liebe Leipzig dafür, dass es so nahe an Berlin ist. Als ich nach Leipzig gezogen bin, habe ich mir gedacht, wie cool, dass ich immer nach Berlin kann, wenn ich will, aber nicht immer dort sein muss, wenn ich einfach nur einen spannenden Abend sammle. Weil Berlin ist eine verrückte Stadt, kann man anders nicht sagen. Und ich liebe Berlin, aber die Freiheit zu haben, nur dann hinzugehen, wenn ich wirklich will, ist schon angenehm. Also nah an Berlin ist gut. Besser als in Berlin, glaube ich. Aber vielleicht, man kann sich drüber streiten. Wir einigen uns darauf, dass ich Berlin mag, aber Leipzig ist geiler. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Groß oder klein? Groß. Technik-Video oder Vlog? Du hast mir die Todesfrage gestellt. Wie kannst du nur? Muss ja mal gemein sein. Zurzeit Technik-Videos, aber phasenweise auch immer wieder Vlogs. Also ich habe so einen Wechselrhythmus bei mir drin. Es gibt Phasen, wo ich fast nur mich auf Vlogs fokussiere und auf dem Technik-Kanal vorproduzierte Videos laufen. Und andersrum gibt es Pausen auf dem Vlog-Kanal, wo ich richtig viele Technik-Videos produziere. Ich glaube, ich könnte nicht auf eins verzichten. Deutschland oder USA? Ähm, äh, Deutschland. So, ist eine schwere Entscheidung, weil es gibt in beiden Ländern viel, was schief läuft, was ich nicht mag. Es gibt in beiden Ländern Dinge, die ich sehr liebe. Zum Beispiel ist die grundsätzliche mürrische Mentalität der Deutschen nicht vergleichbar mit der entspannten Chiller-Mentalität von Leuten am Venice Beach. Aber andererseits möchte ich nicht in einem Land leben, wo Waffen legal sind, ganz ehrlich. Okay, das kann ich nicht sehen. Und auch viele andere Sachen sind in den USA einfach so falsch, wie zum Beispiel mit dem Thema Kredite umgegangen wird, wie mit Gesundheit umgegangen wird. Ja. Von daher, ich bin froh, dass ich mal hier mal da sein kann. Ja, das ist ein Luxusleben, wa? Absolut. Ich bin also, also das ist echt eins der größten Privilege, die ich genießen kann, dass ich wirklich so viel rumkomme. Ja. Burger oder Salat? Oh. Burger. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay, perfekt. Vielen lieben Dank an dich. Das war Entweder-Oder mit Felix Barr. Lexi-Barr. Das war das Entweder-Oder mit Felix Barr. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir über Bürger zu reden. Danke, dass du dabei sein durst. Über diese gemeinen Fragen überstehen. Ist voll komisch. Ich mach das gerne. Wenn ihr jetzt noch das Interview sehen wollt mit Felix, klickt auf einen Link hier irgendwo im Video oder in der Videobeschreibung oder keine Ahnung wo. Und schaltet ein. Und schaltet ein natürlich am Sonntag zur Energy YouTube Show auf Energy, wo auch sonst. Ich freu mich auf euch.